Hallo, herzlich willkommen. Moment, ich muss mal kurz was checken, alles klar. Ich vertraue Open Broadcaster aber nicht so, deswegen gucke ich am Anfang der Aufnahme mal auf den Desktop. Und deswegen wird das Band kurz schwarz. Und Open Broadcaster vertraut dir nicht, also passt doch alles. Flug des Zauberschlosses. Oder? Da sind wir schon. Dann sind wir schon. What the fuck, man? Wir sind fast am Ende. Leute. What the fuck, man? Dann mache ich gleich mal einen Magiesprung. Ich habe das gleiche Schwert wie er. What the fuck, man? Sein Schloss hebt voll ab, ey. Da ist dein Lieblingsgegner. Wollte ich gerade mal weg. Ach, Schnauze. Sein Lieblingsgegner. Mit der Radioantenne. Jetpack, yeah, we've been tickled. Ja, wir potzen gerade. Ich meine, sehr ernst, wir potzen gerade. Ach, Quatsch, das sieht nur so aus. Du kriegst übelst viel Schaden durch die Felsbrocken. Ach, da gibt man Schaden? Guck dir jetzt mal dein Leben. Ja. What the fuck, man? Guck. Oh, wir sind schon da. Hui. Das war fast synchron. Das war ja wie... Hätten wir jetzt noch rosa Tütüs angehabt, wären wir vorher die Prinzessin gewesen. Wir sind Prinzessin. Hm. Aber wir haben nicht die Domain Beauty gewusst, Punkt, ey. Schon wieder ein Level. What the fuck? Ei, die sind nicht anfällig für Magie, ne? Echt? Ne. Da hast du nicht verschenkt. Ne, ich mache einen Schaden. Und ich? Äh, wo ist du da? Also hier könntest du jetzt einfach ein Ziput leaven. Ja. Und du hast richtig verkackt. Nein. So wollte ich das jetzt nicht sagen. Wie viel Schaden machst du? Neun? Mit dem Schwert. Das lohnt sich gar nicht, ey. Warum hast du nur einen neuen Schaden mit dem Schwert? Na, okay. Ja, weil er ist so. Alter, wir haben so richtig verkackt. Ich habe mich verskillt. Nein, verskillt nicht. Also, ich habe ja gleich auch noch ein Level ab. Dann gehe ich noch ein bisschen auf Schaden. Ja, ich lasse dich einfach mal den Gegner da selber. Nee, die beiden kannst du übernehmen. Okay, ich nehme. So viel dazu. Obwohl mit dem Magie-Dingens geht's. Also mit diesem Magie-Sprung. Ich nehme mir gerade dein Gegner. Ah. Wo, 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 wo. Aua, Mann. Weck mich. Ich will nichts von dir. Ich will nichts von dir. Hier, das meine. Ich habe Deck zurückgelassen. Du levelst dann gleich mal stärker, oder? Aufschieden. Das schuld. Biatch. Und du musst hier das Schwert holen. Beim Misslevel ab, was ich habe. Das ist, glaube ich, plus Mana und plus Verteidigung. Warte, ob ich jetzt mal den Countdown resetten. Jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir schon bei deinem Lieblingsgegner. Oh, cool. Ich mag den. Ich komme da drauf immer noch nicht mehr ein. Der ist gleich dein Lieblingsgegner. Ja, ja, ich will dich auch killen. Machst du dem wenigstens Schaden? Eine Karotte. Scheiße, geil. Schnell einfach mal wieder. Den mache ich Schaden. Ich mag das irgendwie voll. Das ist so cool. Ihr betreibt doch nicht. Die Musik ist auch einfach nur... Ja, ich habe meinen Zaum ein bisschen runtergestellt. Ja, ich auch. Aber ich höre die Musik trotzdem noch. Wir sollten uns vielleicht mal die Gegner vorher angucken. Ein Kätzchen. Die dich verprügelt hat. Ja, das macht meine Kötze öfters. Ja. Oh mein, jetzt wollte ich das Ding sehen. Geht grad hin. Oh, und hinten wisch. Plopp. Das war die Schnecke. Und auch ein Pony. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Super Meat Boy. Scheiße geil. Findest du geil. Eine Schnecke. Eine Nasenschnecke. Die ist ja mal richtig geil. Die Korotte auch. Aua. Was wir beim ersten Mal gedacht haben bei dem Spiel. Also bei dem Gegner. Da. Ich stand erstmal nur 10 Minuten da und habe erstmal nur geschwiegen. Weil es war, es war so, nein. Die kriegen wir gleich auch wieder Geld. Aua, also. Ja, jetzt kriegen wir viel Geld. Kriegen wir doch mehr Geld? Guck mal, die Truhe hat deine Mütze auf. Hast du das gesehen? Nein, 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 nein. Damit. Ich klau dir ein ganzes Geld. Ach Quatsch. Doch. Warte mal, bleib mal. Komm mal her. Komm mal her. Stell dich mal hier davor. Da müsste gleich was passieren. Warte. Verstehen. Die müssen gleich groß werden. Bist du sicher? Nicht. Im Prinzip schon. Naja, wer weiß. Aber der Adler ist trotzdem cool. Und der Rebenwurm einfach so wieder im Takt der Musik einfach nur upraged. Der Mauch den Beat. Ja. Ja. Vor der Beat. Alter. Wie der Kristall einfach nur abgeht. so den ersten haben wir den ersten haben wir es ist sein herz und der hinten steigt aus der lava immer wieder ich glaube der mag es warm das war die sind da der titel an ein stadt wenn der das wenn der hüpft dann lass dich ruhig einstampfen weil dann kann ich dieser dieser einstein da nicht töten so jetzt dass ich einstampfen nein ich glaube lieber von ihm weg ist so viel besser so jetzt dann kann dir nämlich gar nichts mehr passieren wir glauben wir haben ja nichts hier hinten war noch irgendwas hier bei dem jetzt nämlich ein kreuz ja dann in dem saß war es gab es schwert ja claudia mal ein schwert plus zwei dinge er kann wunderschönen orgel spielen ich frage mich überhaupt wo die orgel ist ja ich auch ist so eine mund orgel weißt du ja ja hat er 57 schaden not bad not bad nachdem was jetzt wäre schaden wie wird es weiter oh ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn komm stampf mich ein WTF Mann, WTF na komm schon stampf mich halt ein der macht dich nicht der ist auf mich fixiert ne ist er nicht doch aber der kleine typ nicht ne der nicht aua aua ich war doch gar nicht da man so jetzt aber, komm hier übertreib doch nicht naja ich lass mich einstampfen ich mach das ich glaub das ist sein sohn naja doch ohne scheiß mal er ist viel zu klein der wächst ja nur ist ja auch gerade erst geboren im Prinzip so jetzt komm gleich haben wir ihn das darf doch nicht wahr sein aua oh der macht aber auch aua ach man dieses kleine bisschen er hätte auch noch da bleiben können ooooh 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 kacke 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 he beats you ja komm das ist meiner das ist meiner das sind meine xp naja ja auch damit die kriegen wir ja eh wird aufgeklärt kacke 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 das dauern einfach mal so instant soo folgen soo einen könnte man eigentlich noch ich bin mir nicht sicher also sieben minuten sind bisschen kurz ne ah dann oder warte mal wir haben ja zu spät nein warte warte hier warte hier warte hier es ist zu spät nein der typ reagiert noch nicht gut wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir den typen da fertig voll aufs Maul und so bis zum nächsten Mal tschüss in der nächsten Mal